Das ist neben dem Park. So, die erste Runde geht an die Paxo, ein wahres Team, die wir hier aus Paprika haben. Und es geht wieder los, Deutschland auf der rechten Seite, Frankreich auf der Linke. Und hier wird durch, ein bisschen gecrasht. Dann bereits Andreas hier, der Käpt'n das deutsche Team von Friedensübersicht. Ein schöner Tor auf französischer Seite. Stopp, 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 stopp. Und es ist dabei. 3, 2, 1, überlegen, ein, wie ich schon sagte, und abgefüttet. Aber Andi bleibt stehen. Schon das ist ein Erfolg.